Miss Caruso, willkommen. Danke. Entschuldigung, ich arbeite im Strandhaus. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie was brauchen. Schön. Steh auf! Mami, steh auf! Haben Sie keine Kinder? Doch, ich habe zwei Töchter. Hey, bist du Mami's großes Mädchen? Mädchen, sie treibt mich in den Wahnsinn. Wie waren Ihre Töchter so, als sie klein waren? Sei nicht bange, mach eine lange, lange Schlange. Ehrlich gesagt kann ich mich kaum noch daran erinnern. Sei nicht bange, mach eine lange, lange Schlange. Sei nicht bange, mach eine lange, lange Schlange. Ich habe sie heute unten am Strand gesehen. Ich habe sie gar nicht gesehen. Aber ich habe sie gesehen. Sei nicht bange, mach eine lange, lange Schlange. Sei nicht bange. Elena! Elena! Sie hat wohl ihre Puppe verloren. Sie hat die ganze Zeit geheult. Die Verantwortung für Kinder kann ziemlich erdrückend sein. Happy Birthday. Mama! Ich arbeite und ich erstinke. Ich gebe dir drei Sekunden, dann bist du zurück. Eins, zwei, drei! Hi! Hi! Ja! Wie? Mr. Wo ist dein Kerl-4? Ich bin ja. Wie? Wo ist dein Kerl-4? Wie ist dein Kerl-4? Untertitelung des ZDF, 2020